Musik So, Junus, hast du den Auftrag schon fertig? Ja, der Chef hat gesagt, die Zahlen heute sind nicht so ganz... Musik Was machst du denn? Lass die mir überhaupt zu? Erzähl weiter, ich höre dir zu, erzähl weiter Ja, auf jeden Fall, der Auftrag ist wichtig, weil wir... Ich habe gesagt, ich höre dir zu, erzähl weiter Ja, jedenfalls, die Sachen müssen heute unbedingt... Musik Ja, ja, ich höre dir weiter, erzähl, erzähl Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, die Zahlen von gestern stimmen nicht mehr... Musik So, bist du fertig? Ja, ich höre dir zu, erzähl weiter Ja, auf jeden Fall, das Problem mit den Zahlen von gestern ist, dass... Musik Musik Rät weiter, rät weiter Der Auftrag ist wichtig, Mann Rät weiter, rät weiter, ich höre dir zu Ja, auf jeden Fall kann es sein, dass der Lieferant sich heute verspäten wird und dadurch... Hä? Jonas? Jonas? Wuuu! 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 Hallo, was machst du da? Ich höre dir zu, ich höre dir zu, ich höre dir zu, erzähl weiter! Wuuu! So, es reicht jetzt, ich sag dir der Auftrag... Jonas? Wuuu! Broh! Ja, Bruder ist auf jeden Fall krass, was soll ich dir sagen? Jo Ochunas, was geht? Was ist das für ein Laden? Diese Sofa ist voll klein, voll eng. Ja, ja, Bruder, hast du recht. Ich bin klein, ne? Jo, was geht ab, Jonas? Was kann ich dir bringen? Bring mir die zwei Arnold-Feifeln. Wie immer? Ja, genau, wie immer. Jo, Jungs, wie schmeckt eure Feife? Ja, Bruder, meine schmeckt gut. Und deine, Sammy? Meine schmeckt auch gut. 79! 80! Bei dir läuft mit Training, man sieht auf jeden Fall. Ja, normal, ich bin auch am trainieren. Ich muss mal kurz auf Toilette, Jungs. Ja, mach das, Bruder, mach das. Bruder, meinst du nicht, dass der ein bisschen übertreibt? Keine Ahnung, ey, ich geh auch kurz mal auf Toilette, ne? Alles klar, Bruder. Was machst du da, Bruder? Ich bin am trainieren, Bruder. Aber wir sind auf Toilette, Jungs. Ich weiß. Oh, Bruder, was geht? Schon. Warst du wieder trainiert? Ja, ich war trainieren, war sonst. Nicht wie ihr am Schlafen die ganze Zeit. Ich geh trainieren. Ey, was meint der mit trainieren? Puh, ich hab keine Ahnung. Ey, John, was machen wir später noch? Keine Ahnung, ja. Aber wo ist eigentlich der Yunis? Der ist ja schon seit fünf Minuten da drin. Keine Ahnung, Mann, geh mal gucken. Ey, wo bleibt der Typ, ja? Yunis? Was macht der Typ da? Warum, was ist los? Der trainiert eiskalt unter Wasser. Der lernt? D shut up! Arrrngh. Arrrgh! Arrrgh!! Arrrgh! 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 Bis zum nächsten Mal.